Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne Kodnager-Rodat. Schönen guten Abend. Und natürlich auch wieder mit dabei Bastian Schlingel-Wölfle. Schönen guten Tag. Und heute ein ganz besonderer Gast, den wir dabei haben, Tommy Krapfweiß ist dabei. Hallo Tommy. Guten Tag. Und wer uns das so schön vorgestellt hat, ist natürlich der Alexander-Hoax-Master-Waschkau aus Hamburg. Grüß dich. Ja, hallo. Ja, Tommy. Und bei dir, dich jetzt vorzustellen, ist eine Aufgabe, die ich eigentlich fast gar nicht hinkriegen würde. Denn Tommy Krapfweiß ist Autor. Bestätigen Sie mich. Du bist Produzent. Ja. Du bist Musiker. Ich bin Musiker. Du bist Filmschaffender. Ich bin Filmschaffender. Du bist... Sech weiter. Obwohl ich den Ausdruck eigentlich nicht mag. Comedian. Ja. Früher sagte man Komiker. Ich habe mal ganz früher, so während der RTL Samstag Nacht, musste ich ein Bankkonto eröffnen und habe als Beruf Komiker hineingeschrieben. Ganz hart. Ja. Herrlich. Da werden wir nochmal drüber reden diese Woche. Über meine Bank, ja. Und du warst, wenn ich richtig informiert bin, irgendwann auch mal Stuntman. Ja, ich war Stuntman, bevor ich bei Samstag Nacht war und bevor ich bei Disney moderiert habe. Das habe ich auch mal gemacht, ein Jahr lang, bis sie gemerkt haben, dass ich da falsch bin. Und ich habe als Stuntman gearbeitet für Bodystunts, also keine Autostunts, weil ich ja gar keinen Führerschein habe. Und darüber können wir auch gerne mal reden. Und ich habe in Freizeitparks gearbeitet und wurde unter anderem in dem Freizeitpark No Name City über 950 Mal erschossen. Hm. Bist du mal irgendwann mit dem Motorrad durch einen brennenden Reifen gefahren? Nein, du hast keinen Führerschein. Siehste, das wäre gerade. Nur Bodystunts, also Sachen, die du mit deinem Körper machen kannst, wo man sich dann eventuell Sachen bricht, wenn man was falsch macht. Das habe ich gemacht. Ich habe also die eine Sache gefunden, die du nicht kannst. Das ist ja fantastisch. Darüber haben wir in einer Pre-Show gesprochen. Und jetzt, also wir haben das jetzt gerade, wahrscheinlich haben wir noch tausend Sachen vergessen. Auf der Straße kommt jetzt einer und sagt, sagen Sie mal, Herr Kapp, was machen Sie eigentlich? Was würdest du so jemandem sagen? Also diese Frage hat mir noch nie jemand auf der Straße gestellt, weil es meistens so ist, dass die Leute entweder sagen, ah, guck mal hier, Bernd, das Brot. Oder Mensch, RTL Samstag Nacht, sind Sie alt geworden? Oder irgendwelche anderen Sachen. Oder es ruft mal jemand über die Straße, äh, Bulli-Parade. So was in der Art. Ähm, das kommt eigentlich nicht vor. Es ist, es kommt, es ist eher so, wenn, also in Interviewsituationen wie diesen zum Beispiel jetzt, äh, hier zu Beginn unseres Podcasts, da fragt man sich, was, was bist du eigentlich? Und ich kann es nicht so genau sagen. Ich finde ja dieses Wort kreativer irgendwie ein bisschen beliebig und ein bisschen doof. Und ich habe ja auch Angst vor Kunst. Insofern, äh, aber es trifft es wohl am meisten. Weil ich habe halt irgendwelche Ideen und der Aggregatszustand der Idee kommt dann darauf an, wo am wenigsten Widerstand ist, dass irgendjemand, äh, dafür Geld ausgibt und Spaß dran hat. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Ghostsitter, ich hatte die Idee für Ghostsitter, 14-jähriger Junge, er hat eine Geisterbahn, alle Geister sind echt und er muss sich um sie kümmern. Und dann, was mache ich jetzt damit? Und dann war die einfachste Lösung, als erstes mal eine Buchserie zu machen, weil der Schneiderflag Bock drauf hatte. Ich hatte es aber eigentlich als TV-Konzept geschrieben, weil es das als erstes war im Kopf. Dann wurde es ein Hörspiel, jetzt wurden wir wieder gefördert, um Präsentationsförderung für eine Fernsehserie zu machen. Ja, mein Gott. Einfach, äh, im Englischen sagt man, roll with the punch. Mhm. Genau, Bernd, das Brot hast du auch mal erfunden. Ja, zusammen mit Norman Köster, so viel Zeit muss sein. Unfassbar. Und Autor, du hast es gerade schon gesagt, und natürlich maximal erfolgreich mit Mara und der Feuerbringer der Serie, ne? Ja, also die hat zumindest jetzt so in unserer Filterblase den meisten Impact gehabt. Mein größter Bucherfolg tatsächlich, also wirklich ein toller Spiegel-Bestseller, war das Wort Zelt zur Hölle. Ein Sachbuch zum Thema Ich mag kein Camping. Da gibt's auch so eine kurze Serie mit deinem Vater zusammen, ne? Richtig, genau. Wo ihr über eure Campingausflüge im Wesentlichen sprecht. Genau, das ist es. Und die Kumpels dabei, die da irgendwie mit ihm unterwegs waren, ne? Ja, ja, die wilden Kumpels, die er da früher dabei hatte. Ja, also das ist tatsächlich auf dem Buchsektor, so bei den Muggels, das Erfolgreichste, was ich bis jetzt gemacht hab. Tatsächlich. Es ist echt verrückt. Aber naja, es kommt immer drauf an, mit wem man redet. Und für mich unsterblich als Harry Klein bei RTL Samstagnacht. Ja, aber das ist so lange her. Ich hab am Anfang gedacht, du bist ja später dazugekommen bei RTL Samstagnacht. Da hab ich gedacht, ah, der ist mir jetzt ein bisschen albern, der Krabbeiß. Naja, ich wusste halt auch nicht, was ich da zu suchen habe und die wussten es auch nicht so genau. Der Balder wollte nur mich unbedingt behalten, weil sie hat ein Casting gemacht mit hunderten von Leuten für eine neue Sendung. Äh, und ich war der Einzige, der übrig blieb. Und dann haben sie sich gedacht, mit einem Hansel kann man keine Sendung machen, dann nehmen wir ihn halt zu uns. Das Dumme ist, ähm, wenn du dich erinnerst, eigentlich konnten da ja schon alle alles. Ja, ja. Also, ja, Musik machen, Slapstick, bla, das konnten die alles. Der einzige Unterschied, der einzige Wettbewerbsvorteil, den ich hatte, war, vielleicht die Singstimme, aber vor allem das Hinfallen ohne wehtun. Und darum hat man halt immer nach Sachen gesucht, die der Mirko jetzt nicht machen kann, weil er sich sonst alles bricht. Und darum siehst du mich halt dauernd irgendwie Treppen runterfallen oder solche Sachen machen. Und, äh, man wusste nicht so richtig mit mir anzufangen, bis ich dann endlich durchgedrungen bin mit meinen eigenen Sachen, die ich geschrieben und gedreht hab. Das war dann, ähm, na, far out. Das war super. Extreme Trends. Genau, ab da warst du noch angekommen. Und das hat dann funktioniert, genau. Also, das ist ja interessant. Das hab ich dann ganz alleine, also der Balder hat mir dann immer nur ein Kamerateam gegeben, wollte auch gar nicht wissen, was ich mach. Hat nur gesagt, bring mir das fertige Band. Und, und das war dann, das, da so gar nicht gut arbeiten. Da reden wir diese Woche auch nochmal drüber. Ich glaub, das wär heute fast gar nicht mehr möglich, so zu arbeiten. Nee, jetzt ist ja eigentlich schon vorbei. Das ist, ja. Jetzt reden wir ja eigentlich über die Matrix. Vielen Dank. Äh, hab ich mir mal sagen lassen von Arne. Ist ja dein, dein Podcast eigentlich, Arne. Ja, 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 ja. Du machst das sehr gut. Ich mach das sehr gut. Vielen Dank. Das ist ein virtuelles Auf-die-Schulter-Klopfen mit so einem leichten Patt-Patt-Patt-Geräusch war das. Ja, ja, ja. Und hintenrum der Arschtritt, dass ich das nicht mache. Nein. Aber, äh, jetzt bist du vom Alter her vergleichbar mit mir. Die anderen beiden sind halt noch Kinder in Relation. Süß. Das heißt, du warst 99 in einem Alter, wo man durchaus Werbekampagne hätte miterleben können, schon quasi irgendwie was mit seinem Leben angefangen hat und eventuell hätte ins Kino gehen können, um die Matrix zu schauen. Also, hilf mir da bitte, weil Mathe ist ja das andere Ding, was ich nicht kann. Ich bin 72 geboren. Wie alt war ich dann? 99? Ja, 29. Nee, 27. Quatsch, 27. Ah, okay. Also, ich hab von der Matrix tatsächlich über Werbung und Co. mitbekommen, was es damals irgendwie so zu dem Zeitpunkt so an aufmerksamkeitsheischenden Mitteln gab. Was es genau war, weiß ich nicht, aber mir war völlig klar, den Film muss ich mir dringend anschauen. Ja. Und ich erinnere mich, Trailer und Ausschnitte gesehen zu haben, wobei ich natürlich jetzt wirklich nicht mehr weiß, was in diesem Trailer vorkam. Aber ich hab mir gedacht, hey, das muss ich anschauen. Vor allem 99 war ja noch nicht so viel los mit Science-Fiction, Fantasy oder Fantastik generell im Kino. Das darf man ja da gar nicht vergessen. Das war, also wir hatten diese Batman-Filme von, äh, na? Burden. Wie heißt der? Von Burden zum Beispiel, ja? Ja. Aber, und hatten wir da auch schon Edward Scissorhands und so Geschichten auch von Burden. Ich hab schon, ja. Ja, aber es war wirklich ein, also zaghaft verglichen mit dem, was da jetzt gerade mit Marvel und Co. und Panem und allem explodiert ist, war es wirklich so, allein wenn irgendwas Fantastik thematisiert hat, hab ich es mir sowieso im Kino angeschaut. Äh, einfach nur, weil es, ja, Fantastik war. Wo hast du dich auf deinem kreativen Weg, wenn ich das mal so sagen darf, befunden? Was hast du mit 27 gemacht? Warst du schon irgendwie fernsehmäßig irgendwie unterwegs? Ja, ja, klar. 99 müsste RTL Samstagnacht gerade aufgehört haben. Mhm. Das heißt, ich habe aller Wahrscheinlichkeit nachgearbeitet bei der Typhoon AG, da habe ich zusammen mit dem Hugo Egon Balder gearbeitet als, ja, damals wieder als freier Kreativer eigentlich. Ich konnte eigentlich machen, was ich will, ich konnte Regie führen, schreiben, drehen, ich sollte nur irgendwas machen. Und, ähm, da habe ich mit ihm zusammen Freitagnacht-News erfunden. Und die, äh, Regie dafür gemacht und das Headwriting gemacht und den Henrik Ründler, äh, entdeckt und ausgesucht, der da eben dann da saß als News Anchor. Das habe ich gemacht und irgendeine Sendung über Sport, mit der ich gar nichts anfangen konnte, die dritte Halbzeit hieß das. Und ich habe parallel mit der Bummfilm, eigentlich 99, müsste ich schon mit dem Norm und Erik Hafner zusammen an Bernd das Brot, Chili und Briegel gearbeitet haben. Denn der wurde, glaube ich, im Jahr 2000, äh, gelauncht. Ja, das heißt, das war, das müsste so der Punkt in meiner Schaffenskarriere gewesen sein, ungefähr. Ganz zentral Bummfilm GmbH ist deine Produktionsfirma, mit der du im Prinzip über viele, viele Jahre jetzt alles mögliche gemacht hast, ne? Für alle, die das nicht wissen. Genau, um das ganz, ganz kurz nur zu umreißen, weil darum geht es ja jetzt eigentlich gar nicht. Ich finde diese klassischen Produktionsfirmen, zwei Typen und ein großer Schreibtisch, zwei Laptops und vier Telefone öde, weil da muss man sich jedes Mal neu das Team zusammentrommeln. Und, ähm, ich mag generell frische Menschen nicht so. Ich mag lieber die Menschen, die ich schon kenne. Und vor allem arbeiten. Ich möchte nicht so gerne mit neuen Leuten arbeiten oder mit Leuten arbeiten müssen, die ich eigentlich scheiße finde. Ich möchte wenigstens eine Wahl haben. Und darum habe ich schon sehr früh gesagt, ich werde eine Firma gründen und ich werde alle Leute, die ich geil finde, fest anstellen. Oder ihnen zumindest das Angebot machen, sie fest anzustellen. Ähm, und dann kriegen sie natürlich nicht so viel wie auf dem freien Markt, aber dafür bist du halt lebenslang mit Blut unterschrieben fest angestellt. Und jetzt haben wir 22 Mitarbeiter bei der Bummfilm und in der BKFX, unserer Visual Effects Firma, sind es momentan 45, schrumpft sich aber dann wieder auf 16, wenn das aktuelle Projekt vorbei ist. Und, ähm, da wissen auch die Hörer, wie viel Geld wir dir zahlen mussten, dass du mit uns was machen musstest, äh, weil du ja im Kern scheiße findest. Ja, jetzt gerade ist kein Problem, ich bin krank. Das heißt, ich... Ach, durch Drogen. Ah, da kommt's doch schon. Alle Möglichkeiten gerade. Durch, durch Drogen gefügig gemacht. Ja. Das heißt, also du hast zumindest Fernseherfahrung gehabt, du wusstest, wie die Produktion funktioniert. Ja. Wie ist denn das, wenn, also ich bin in den Film damals reingegangen, bin rausgegangen, hab gesagt, da sind Dinge passiert, die hab ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben und ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie ist das, wenn man als jemand da reingeht, der Ahnung vom Film machen hat? Naja, also, ich hab ja, also ich hab damals, ich war immer schon ein wahnsinniger Visual Effects Nerd oder damals, wie man ja auch sagt, Special Effects tatsächlich. Visual Effects sind sie erst durch das Digitale geworden. Trickaufnahmen. Trickaufnahmen. Ganz damals. Genau. Also, hab auch Stop-Motion-Filme gemacht, so Harryhausen-mäßig und so weiter und war immer ein riesiger Fan von Eye Candy, bevor es zum Selbstzweck wurde, das muss man ganz klar sagen. Also, das heißt, ich konnte diesen Film bei all dem, was da passiert, nicht einfach nur als Film an mir vorbeirauschen lassen. Ich hab, ich weiß noch, dass sie die ganze Zeit der Kopf gebimmelt hat und wir dann nochmal reingegangen sind mit einem großen Teil der Firma im Cinema in München, um ihn nochmal im Original zu sehen und da hab ich mir den Film dann als Film angeschaut. Das heißt, das hat bei dir sofort die Synapsen klingeln lassen, des Filmemachers, des Produzenten zu sagen. Total, total. Des Filmfans eigentlich, ja. Weißt du, was ich fantastisch finde? Dass endlich mal nicht die anderen beiden, die sind, die sich über Kinos, das Ufa in Hamburg, sondern dass jemand sagt, der im selben Kino, selbe Kino geht wie ich, das find ich gut. Du bist auch Münchner? Ja, freilig. Ah, freilig. Das Cinema ist immer noch ein geiles Kino. Ja, total. Es ist immer noch toll, es ist eins der wenigen, was nicht abkackt, sondern fast immer noch besser wird und dann faire Preise hat, großartig. Und trotzdem nur einen Saal hat und einfach fast alles richtig macht. Ja, die machen fast alles richtig, also die haben bei mir noch viel was falsch gemacht. Ich kann mich erinnern, da hab ich das erste Mal Pink Floyd The Wall gesehen, zusammen mit einer lustigen Lasershow, die sie da installiert hatten, wobei Nebel im Kino jetzt nicht so geil funktioniert, aber gut. Ich finde, das Kino immer noch absolut spitze ist. Das beste Kino in München. Und vor allem nebenbei bemerkt, wir dürfen ja hier abschweifen, oder? Ja, absolut. Vor allem nebenbei bemerkt, das ist auch eine tolle Kombi. Es ist so, dass die im Gegensatz zu so Läden wie Mathesa und so weiter, ihre 7.1 oder die Dolby Atmos oder was auch immer nicht scheiße einstellen auf maximalen Effekten. Das machen nämlich sehr viele Kinos tatsächlich. Die drehen nicht nur die Subs, sondern vor allem die Side-Fills und die hinteren Boxen so stark auf, damit dieser Kino-Effekt möglichst stark ist, was bedeutet, dass du den Dialog manchmal sehr schlecht verstehst. Oh ja. Aber sie vergessen, dass es ja jemand gemischt hat. Und das ist im Cinema ein Knaller. Da hielt sich ja immer das Gerücht, dass der Schorsch, der Lukas Schorsch, das alles hier selber eingehört hat. Ich wette, das ist gelogen, aber das wurde jahrelang erzählt. Also, ich weiß, dass es THX-Zertifikationen gibt und dass da jemand kommt und der stellt es ein und der nimmt es dann auch ab und es gibt in jedem Kino mit mehreren Sälen einen Saal, der auch abgemessen bleibt, normalerweise. Aber der wird meistens dann nur so für Premieren genützt, als wir Mara und der Feuerbringer im Kino in Köln, wie heißt das? Uferpalast, kann das sein? Ganz riesige da. Möglich. Als wir da die Premiere hatten, gab es einen Saal, der ganz, ganz große und der war so eingemessen, dass er so klingt, wie wir es gemischt haben. Der zweite Saal, den wir dann noch spontan aufgemacht haben, weil so viele Fantasy-Freunde kamen, da klang es nicht so original wie in dem großen Saal tatsächlich. Da war die Sprachverständlichkeit schlechter. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen fragen, aber das machen wir einfach über die Woche. Lass uns mal auf die Minute eingehen. Ich bitte darum. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben häufig hier in dem Podcast, ich weiß gar nicht warum, immer wieder Menschen, die einen Bezug zur etwas schwärzeren Szene unserer Gesellschaft haben. Bei dir habe ich über die Jahre so den Eindruck gehabt, dass du zumindest randständig auch dazu gehörst. Schandmaul, gewisse Events, auf denen du bist. Also hat der vom Styling dich irgendwo auch abgeholt? Ich bin kein so düsterer Typ, ehrlich gesagt. Okay. Also eigentlich, nö. Bist du adoptiert worden? Ja, es ist halt so, ich meine Schandmaul, klar, und Mittelalter und Nordisch und Germanisch und bla bla, jenseits von allem Nazi-Dreck. Also mystische Dinge im weitesten Sinne, die ziehen mich schon an, aber ich bin eigentlich schon eher, also der, ja, bunt würde ich es jetzt nicht gerade nennen, aber ich bin kein schwarz-silberner. Sondern eigentlich, ich mag die Leute, weil die meistens kreativ, schlau und keine Nazis sind, das ist einfach angenehm und wir kommen super miteinander klar und ich würde mal sagen, dass das so die größte Schnittmenge ist, die ich so generell mit Menschengruppen, wenn man sowas überhaupt machen will, bezeichnen will, habe. Aber auch, weil da natürlich die Fantastik stark ist. Insofern bedingt sich das alles. Aber es ist nicht per se so, dass ich sagen würde, ich gehöre der schwarzen Szene direkt an. Ich fand auch Cure immer ein bisschen albern. Das ist leider schwierig. Mein Problem bei Cure war immer, dass die so leicht zu parodieren sind, mit dieser Art zu singen. Ja, das fand ich immer, ich musste immer lachen, wenn ich die gehört habe. Und leider, obwohl ich die Peschmode als Band wirklich spannend finde, hatte ich ja auch das Problem, dass ich einfach, ich musste immer lachen. Und das ist natürlich echt ein Problem, wenn jemand dir düster irgendwie was von Personal Jesus vorsingt und du dann immer denkst, Personal Jesus. Das geht halt nicht. Das ist ein großes Problem, was ich habe. Das beste Beispiel da für mich. Geht uns übrigens bei Ruxella ähnlich. Also die haben uns auch alle adoptiert, aber wir sind halt nur randständig mit der schwarzen Szene assoziiert. Noch viel schöner finde ich Wolfsland. Peter Heppner. Ich kenne niemanden, der so konsequent so lange leiden kann. Ich würde dem immer gerne helfen, wenn ich den singen würde. So schlimm ist das alles gar nicht. Ja, ja. Wie dieses Video von Cure, wo sie alle in dem Schrank sind, was ich ja eine geile Idee finde, wo ich mir denke, immer denke, ihr geht halt raus. Ja, genau. Mir geht das so schlecht, ihr ist im Schrank. Geht raus. Richtig, aber das möchte ich nicht. Naja. Wir waren eigentlich bei Matrix, entschuldige. Wir haben ja das Thema abgehalten. Wir sind in Minute 106, ihr werdet es nicht glauben, wir sind nicht beim Tommy Kraftweiß Personality Podcast, sondern immer noch bei Minutenweise Matrix. Hey, ihr habt gefragt, ich kann nichts dafür. Ja, das ist unsere Schuld natürlich. Aber weißt du, ich werde wahrscheinlich nie wieder mit dir reden nach dieser Sendung. Nein, ich werde nicht mit dir reden. Ja, ich verstehe. Arne, mach doch mal was. Genau, Arne, übernimm doch jetzt mal. Naja, also wir haben ja gesehen, in der letzten Woche, wissen wir ja, da ist ja quasi das Foyer auseinandergenommen worden. Und wir sind nun quasi in einer Szene, die auf das folgt. Orgiastisch übrigens auseinandergenommen. Ich möchte nochmal erwähnen, die großen emotionalen und auch körperlichen Reaktionen, die ich auf dieses Geschnetzel hatte. Also ihr werdet euch erinnern, dass ich doch sehr erregt war, als ich über diese Szene gesprochen habe. Möchte ich nur kurz einwerfen. Nämlich schön. Ja, vielen Dank für dieses Bild. Genau, und es ist die Fahrstuhl-Szene mit Feuer. Fahrstuhl mit Feuer könnte man sie nennen. Genau, genau, so. Der Neo ballert zweimal, einmal mit einem sehr schönen Suspense-Moment auf das Kabel, damit sie sich von dem Seil hochziehen lassen. Und zwar vermittelt es das Gegengewicht des Aufzugs, was natürlich im umgekehrten Schluss heißt, dass der Fahrstuhl nach unten fährt und unten explodiert. Was ich sehr interessant finde, dass der Aufzug explodiert. Naja, der explodiert ja deswegen, weil da eine Bombe drin ist, die sie getimt haben. Habe ich natürlich gewusst. Nee, habe ich vergessen. Die schwarze Tasche da und so. Ah, entschuldige, dann ist es nicht dieses Auto-Explosiv-wenn-man-drauf-schieß-Effekt. Nein, 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 zum Glück nicht. Lösch das bitte sofort. Übrigens, was wir noch völlig vergessen haben, Tommy. Nein. Was wir auch noch reingebracht haben. Nein, aber jetzt inhaltlich. Als ich dich angefragt habe für Minutenweise Matrix, hast du spontan gesagt, supergeil, weil ich kenne da jemanden, der bei der Matrix involviert war. Ja, genau. Der John Nugent, der VFX-Supervisor von Mara und der Feuerbringer, war heavy involviert in The Matrix damals als, ich glaube, Comp-Supervisor. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was sein tatsächlicher Titel da war. Und es gibt ja tausende von Titeln. Aber Comp-Positing-Supervisor dürft es treffen, das hat er auch bei Herr der Ringe dann gemacht. Den habe ich dann natürlich angebohrt und mir diverse Dinge erzählen lassen über diese Shots, die wir uns da in den nächsten Tagen angucken. Genau, das werdet ihr als Bonus-Content auf jeden Fall hier noch bekommen bei Minutenweise Matrix. Und ich spreche das genau in diesem Moment gerade an und dann gehen wir wirklich auf die Szene ein. Weil er, glaube ich, im Wesentlichen auch an dieser Fahrschul-Szene mitgearbeitet hat. Ja, ja, das war eine seiner ganz großen Dinge, die er machen durfte. Und interessanterweise habe ich da erfahren, dass dieser Fahrstuhlschacht eine Miniatur ist. Ja. Das wurde gebaut und er hat gesagt, ihr größter Pain in the Ass bei dieser ganzen Sache war, dass sie ja nicht den ganzen Fahrstuhlschacht hatten, sondern nur ein Stück. Und dieses Stück Anfang und Ende passte nicht hundertprozentig zusammen. Das bedeutet, man konnte es nicht wunderbar loopen, um quasi ein längeres Fahrstuhlschachtstück aus dem kleinen Stück zu machen. Und sie mussten dann also sich an die Rechner setzen und versuchen, das irgendwie so zusammenbass zu basteln nachträglich. Das ist wie ein großer und nicht wie 15 kleine Fahrstuhlschächte aussieht. Wobei ich an der Stelle tatsächlich sagen muss, wenn er für das Compositing zuständig war, also eigentlich springen wir jetzt ein bisschen nach vorne, aber es gibt zwei Szenen an der Matrix, die mich damals im Kino schon so ein bisschen rausgeholt haben, wo ich gesagt habe, aber macht nichts. Das eine ist am Anfang, wie Trinity von einem Haus zum anderen springt, dieser Greenscreenshot, wie sie so Superman-mäßig durch die Gegend fliegt. Und ich finde hier, in dieser Fahrstuhlszene gibt es Momente, wo mich die Greenscreen auch ein Stück weit anspringt. Das ist aber in Filmen aus dieser Zeit nicht wirklich so richtig vermeidbar, wie es heute ist. Das muss man sagen. Also er hat ja zu einem anderen Moment, glaube ich, in unserem Gespräch gesagt, dass sie für diese Anfangsszene, diese Harvest-Szene mit den Batterienmenschen da, dass sie da ihre ersten Render-Versuch gestartet haben. Ja, geil. Und der Computer hat ihnen gesagt, sie wären jetzt ungefähr fertig, also heute, im Jahr 2018. Also auf diesem Stand waren die damals mit den Möglichkeiten der Computer. Also und Greenscreen war immer schon, immer schon schwierig und immer schon brutal und die Möglichkeiten, die wir da heute haben, die gab es damals nicht. Darum ist es klar, man hat damals teilweise die Greenscreen gesehen, aber das bedeutet dann meistens, es ging nicht besser mit dem Material, was zum Set kam. Was ja auch völlig legitim ist. Also das sind auch die einzigen beiden Stellen, wo es wirklich auffällt. Und wenn wir nachher nochmal ein bisschen über die Bullet-Time diese Woche reden und da nochmal sehen, was alles da reingeflossen ist, damit die Bullet-Time so aussieht, wie sie aussieht. Kudos natürlich, also völlig klar. Und ihr habt gerade schon Schießen und Fahrschuh fährt nach unten besprochen, was ich aber gerne nochmal ansprechen möchte, weil das für mich einer der ganz ikonischen Shots ist. Weil er auch schön komponiert ist und vom Licht auch so geil ist, ist und auch nochmal von der Körpersprache so ein bisschen was über Neo und Trinity ja auch erzählt. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt auf die Blutfresse von Morpheus eingehen. Körpersprache. Ich hatte gerade meinen Redeflow, Arne. Ich wollte gerade mal ausnahmsweise über den Film reden. Da haben wir es wieder. Ist diese Einstellung, wie Trinity und Neo sich gegenüberstehen, wie es beleuchtet ist und wie sie auf ihn zugeht. Und was ich halt extrem spannend finde, ist wie natürlich das Outfit von Trinity, das Licht, also sie ist halt auch so eine Licht-Silhouette durch das Lackzeug. Ich habe das gerade vor mir, da kann ich auch mit einer Fremdanekdote glänzen, dass gerade diese Klamotten von Trinity für die Compositor die absolute mega super Hölle war. Glaube ich. Denn ratet mal, was die alles reflektiert hat, das Grün. Ja. Das Grün wurde reflektiert und zwar wie die Sau und das war, das muss wirklich also die absolute mega Hölle gewesen sein. Ich glaube, dass da Compositor von dem Film heute noch nachts schreiend aufwachen, weil die halt in dem ganzen Film oder in den meisten Szenen mit diesen glänzenden Dingen durch eine Greenscreen läuft. Das ist etwas, das versuchst du einfach immer irgendwie, wenn es nur irgendwie geht, zu vermeiden. Du machst ja teilweise sogar brillenblind, einfach damit sich da nichts spiegelt. Du machst Puder auf nackte Haut überall hin, einfach nur damit da kein Greenspill drauf ist, wie man das nennt. Und dann hast du jetzt deine Hauptdarstellerin, die läuft im Lackdress durch den Film. Also das ist wirklich, das ist echt hart. Aber extrem schön komponiert und gut gemacht, wobei ich glaube auch in dieser Sequenz, wie sie noch so stehen, ich glaube, das haben sie gebaut. Also ich würde sagen, das ist eine Kulisse und keine Greenscreen, zumindest der Anfang. Das kann ich jetzt nicht beantworten, da müssen wir den John fragen. Mir fällt nur auf, dass ich in einem heutigen Film die Pose, die sie da machen, auch ein bisschen sehr gestellt fände, so superheldenmäßig. Dass sie damals, 99, war aber das, diese extreme Strenge der Komposition und auch diese Bewegung, die sie macht, die ja völlig ausgedacht, ballettös ausgedacht ist. Niemand bewegt sich so. Ja, klar. Dass das etwas ist, was heute schon zum Klischee gehört, wie diese Ninja-Lande-Pose, die irgendwie alle Superhelden machen, mit dem einen Bein weggestreckt. Ja, klar. Kein Mensch jemals, aber egal. Diese Art, sich zu bewegen, war damals cool und neu und man dachte, wow. Und jetzt habe ich es gerade eben gesehen und dachte mir, das ist aber auch ein bisschen affektiert, ehrlich gesagt. Ja, es ist total durchkomponiert, natürlich. Genau, es ist durchkomponiert und hat, also Leben findet in diesem Shot nicht statt, es ist alles überhöht. Aber im Rahmen dieses Films und im Rahmen dessen, was er erzeugen wollte und was er auch bei uns allen erzeugt hat, war es der absolute Wahnsinn. Und es war neu. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, liebe Feministin, seht es mir nach, es ist eine beschreibende Sache, die ich gerade mache und ich kann es nicht bei Keanu Reeves machen, er wird es wahrscheinlich tun, aber er trägt einen Mantel. Das muss auch echt unangenehm gewesen sein, mit so angestammten Po-Backen wie Carrie-Anne Moss zu gehen, weil die hält drastisch Körperspannung, damit das so streng, wie du es gerade gesagt hast, Tommy, auch komponiert ist. Ja. Und genauso verkrampft mit Hölzing im Hinternbild natürlich Keanu Reeves da gestanden haben, um genau diese Körpersprache zu haben. Absolut. Und das ist halt überholt, das ist Comic, also wir haben es ja schon das eine oder andere Mal besprochen, wir haben mit Sarah Burini ja hier gesprochen, dass eigentlich das ja ein Comic ist, den wir sehen, der mit Menschen nachgestellt ist. Aber eben in geil. Ja. Und nicht, finde ich persönlich, nicht so, also ich bin ja, ich hasse eigentlich generell nichts, außer vielleicht jetzt irgendwie Nazis oder so, aber ich muss sagen, Zack Snyder-Filme sind bei mir ganz nah dran, dass ich einfach schreiend weglaufen möchte. Ganz schlimm, ganz schlimm. Der, weil der nämlich, meiner persönlichen Meinung nach, und jeder darf Zack Snyder so gut finden, wie er gerne möchte, weil der meiner Meinung nach das eben gar nicht wirklich kann, dass es dann noch cool ist, sondern es ist einfach nur aufgesetzt. Ich habe eine Rezension gelesen, die sagt, Zack Snyder ist inzwischen, also gerade jetzt diese neuen DC-Filme, die er da macht, sind die Simulationen von großen Kinoereignissen. Ja, richtig, 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 das ist toll gesagt. Ich habe auch mal in der SFX, eine der besten Filmzeitschriften, die ich so kenne, eine englische Zeitschrift, habe ich mal gelesen über, ach Gott, was war es denn gleich, dieser ganz schlimme Film mit den Ninja-Mädchen in dem Asylum, wie hieß denn der gleich? Sucker Punch. Ja. Ja. Sucker Punch is worse than the Second World War. Wow. Das ist natürlich erstens nicht wahr, denn das dürfte dann wohl doch die größte Katastrophe aller Zeiten gewesen sein, aber ich verstehe, was er damit meint, ja, also ich, es stimmt natürlich nicht, ja, also für mich war der Film eher wie so ein Auffahrunfall und ich habe mich durchgequält, weil ich wollte unbedingt wissen, ob das Ding denn tatsächlich am Ende auch irgendwie aufhört oder ob es überhaupt aufhört oder ob ich für den Rest meines Lebens, egal, auf jeden Fall der kann es meiner Meinung nach nicht, bei dem sehe ich immer Kunst und Kunst ist da dieses künstliche Herstellen. Ja, aber er kann es ja auch nicht, genau, genau. Nee, und hier, hier geht es, weil es echt cool ist und ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber hier funktioniert es für mich zumindest. Also für mich, für mich ist ja mal die Begründung, warum das alles bei der Matrix funktioniert, weil das damals Zeitgeist ist. Naja, klar. Ja, und wenn ich heute mit jungen Menschen und jungen, meine ich jetzt wirklich so 20 oder so, also die um die Jahrtausendwende geboren worden sind, spreche, das ist so absurd, da kommt so die Aussage, ja, Matrix habe ich auch mal irgendwann gesehen, ja, ist nett. Das ist lustig, also ich hatte, ich hatte ja einen eigenen Podcast, wo ich genau dieses, das genau das Konzept war, ich rede mit jungen Menschen über Filme aus meiner Jugend und hab dann mit einem 17-Jährigen und einem 18-Jährigen über Matrix geredet, weil das einfach, oder mit einem 17-Jährigen und einem 25-Jährigen, ich weiß es nicht mehr genau. Weil das natürlich schon immer einer der für mich prägendsten Filme meines Lebens gewesen ist und vielleicht hatte ich mir einfach auch nur die zwei richtigen Typen rausgesucht, aber die waren, sagen auch, das war einfach mega gut, ja, das sah alles ein bisschen angestaubt aus, aber so diese Idee, also die Idee, die hinter diesem Film steht, die konnten sie halt nachvollziehen, die haben sie vielleicht schon vorher mal woanders gesehen, also in Filmen, die neuer sind als Matrix jetzt, aber die konnten, die konnten beide meine Begeisterung schon nachvollziehen. Bei dem Film halte ich es persönlich auch für nicht so schwierig, ähm, es ist immer wieder schwierig, wenn man jüngeren Leuten, also tatsächlich dann so 18 oder 16 oder vielleicht auch 22, 25 Leuten so große Filmklassiker versucht schmackhaft zu machen, da bin ich mittlerweile sehr vorsichtig, wir zeigen ja unseren Azubis und Praktikanten sehr gerne einfach Klassiker, auch weil das zum Vokabular unserer Arbeit gehört, also wenn, wenn ich zum Beispiel, äh, sage, ich möchte, dass dieser Dialog in dem, äh, Hörspiel ein ähnliches Timing hat, wie Who's On First von Albert und Costello, dann wissen die Leute hier in meiner Firma, wovon ich rede, auch wenn das dann andere Leute nicht wissen, das heißt nicht zwangsläufig, dass man den ganzen Film gut finden muss, aber man sollte es wenigstens kennen. Und da gibt es immer wieder so Sachen, wo ich merke, was funktioniert, was nicht funktioniert, zum Beispiel The General von Buster Keaton funktioniert immer, den finden immer eigentlich ausnahmslos alle großartig, weil es ein guter Film ist, nach wie vor, und weil Buster Keaton einfach ein toller Lied ist, ähm, es gibt andere Sachen, die, äh, also gerade in der Comedy, die nicht mehr wirklich funktionieren, auch, äh, Bud Spencer und Terrence Hill funktioniert nur nostalgisch und wegen der Synchronisation von Rainer Brand und Grob. Definitiv, ja, definitiv, ja, geht, es sind wirklich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ganz schlechte Filme. Ja, ja, es ist leider so, man kann, man kann natürlich sagen, ich mag das und ich, ich hab Spaß dran, aber das sind objektiv keine guten Filme und auch, ich sag's so ungern, aber es ist so, die ganze erste Hälfte von dem ersten Indiana Jones ist nach heutigen Maßstäben ganz schön langweilig. Ja, ich hab's gesagt jetzt, ne? Ja, ja, also der dritte ist anders, der hat von vornherein gleich ein gewisses Pacing, aber der erste, da wartet man ganz lang, am Schluss dreht er natürlich irre auf und man kriegt sie dann alle mit dieser grandiosen Lastwagen-Sequenz und so, aber davor, puh, krass. Der dritte ist sowieso einer der rundesten Filme, die ich so kenne aus dem Genre, weil der einfach extrem, aber gut, aber ich mein, da ist auch alles aufgefahren gewesen, was man hätte auffahren können. Und ich hab, ich hab vor kurzem, ihr könnt ja rausschneiden, wenn wir zu lang sind, oder? Ja, alles gut. Wir sind nicht zu lang. Wir sollten unter 24 Stunden pro Ding bleiben, weil die Leute wollen das immer einmal am Tag hören. Alles klar, ich hab, ich war vor kurzem auf einer Lesereise auf einem Ocean Liner, auf der Queen Mary 2. Da hab ich dich sehr beneidet und hab, wenn ich dich kurzfristig entfolge, weil ich die Fotos so angekotzt habe. Genau, das war schon, das war schon sehr geil, muss man sagen, der Nachteil ist, du hast halt dort gar kein oder nur wirklich das beschissenste Internet der Welt, also da ist Deutschland direkt dagegen, also schlechter als Deutschland. Wow, das geht gar nicht. Und ich hatte gleichzeitig Hörspielabnahmen von Bilbo und seine Bande und du brauchst einen Tag, um 84 Megabyte herunterzuladen und es kostet ein paar hundert Euro. So, also das war ziemlich hart, aber was ich sagen wollte ist, da lief dann im Bordprogramm, liefen halt so alte Filmklassiker und ich hab mir angeschaut, ich glaub der heißt im Deutschen Kanonenboot auf dem Yangtze Yang mit Steve McQueen. Den hab ich vor hundert Jahren auch mal gesehen. Das ist so ein Film über die Kanonenbootkriegsführung, die die Amis hatten, ich glaube kurz nach dem Ersten Weltkrieg, ich bin da nicht so sicher drin. Auf jeden Fall, ich hab mir einfach irgendwie, ich fand halt die Fresse von Steve McQueen cool und ich bin grad beim Vorspann rein und hab mir gedacht, so den schau ich mir jetzt mal an. Robert Wise ist auch ein fantastischer Regisseur, also hab ich das auf mich wirken lassen. Und ich hab mir die ganze Zeit gedacht, ich könnte diesen Film, außer vielleicht mit meiner Frau, mit niemandem, mit niemandem anschauen, den ich jetzt hier um mich habe. Nicht euch, sondern ich meine jetzt hier in meiner Firma und Co, weil alle gesagt hätten, boah ist das langweilig. Aber ich hab mich drauf eingelassen und ich konnte nicht mehr wegschauen. Ich fand den großartig, aber nur wissend, dass nur ich den jetzt gerade großartig finden kann und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sonst da jetzt diese Ruhe und diese Freude daran hat und auch dieses Gefühl hat, ich kann eh nicht googeln, ich kann eh nicht twittern, ich kann nichts tun. Also kann ich mir auch diesen Film in Ruhe anschauen. Und siehe da, wenn man dieses Gefühl weg hat, dieses ich muss, ich könnte, plötzlich funktioniert's. Du hast nicht mehr diesen Druck, dass du sagst, oh Gott, das ist Zeitverschwendung, das ist ja langweilig, da ist jetzt fünf Minuten gar nichts passiert. Ganz abgefahren war das. Anderes Phänomen ist ja übrigens, warum The Naked Gun, war ja ursprünglich mal eine Fernsehserie, die ja nicht funktioniert hat in den Staaten. Und die Begründung dafür, die hinterher die Produzenten gefunden haben, war, das ist eine Serie, da muss man hingucken. Ja, genau. Ja, ja, das Bügelfernsehproblem. Genau, ganz genau. Deswegen sind die Vorabendprogramme so gestaltet, dass sie kaum auf Bildsprache setzen. Es werden keine Informationen nur durch Bild vermittelt, es muss alles hörbar sein, damit du beim Bügeln zuhören kannst. Ja, oder inzwischen beim Twittern irgendwie oder beim was weiß ich, was die Leute so betreiben. Ist aber tatsächlich so ein Phänomen, das kannte ich früher nicht. Das habe ich das erste Mal gesehen, als ich mit 16 zum ersten Mal in den USA war und dann dieses beiläufige Fernsehen mitbekommen habe. Das war Fernsehen, generell Medienkonsum, für mich immer irgend sowas. Ich setze mich da hin und konzentriere mich da drauf. Genau, also ich habe früher auch super wenig Fern gesehen natürlich. Also ich meine, das bedingt sich vielleicht so miteinander, vielleicht war das bei anderen komplett anders. Und du bist Bayer, da wurde das anständig gemacht. RTL hat damit angefangen, dass du den Fernsehsender in der Früh einschalten kannst und komplett durchgucken kannst. Das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen in dieser Form, war das zumindest damals nicht so gegeben. RTL hat dich immer so mitgenommen und gesagt zu, schau mal, wir sind dein RTL, bleib einfach bei uns die ganze Zeit. Wir begleiten dich durch den Tag und jetzt ist Mittag und jetzt machen wir das und jetzt kannst du bügeln, weil jetzt zeigen wir das. Und da ist das, also das Privatfernsehen ist da in Anführungsschriften massiv schuld und die haben das natürlich nach amerikanischem Vorbild gestaltet. Sehr clever. Traurigerweise, aber gut. Ich würde nochmal zurück zu den langweiligen Filmen gehen. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Leute, die finden Blade Runner einfach unguckbar, weil der einfach so langsam erzählt ist. Auch der neue Film ist ja bei vielen, ich sag mal, jüngeren Leuten ist der schlecht weggekommen, obwohl der tatsächlich ziemlich gut ist, weil er sich einfach an dem Stil des Originals orientiert. Ich habe das so gefeiert. Ich bin da reingegangen und habe gesagt, hoffentlich, hoffentlich lässt Will Neuf lange Kameraeinstellungen. Das ist halt so ein bisschen schade, dass dieses Filmische inzwischen einfach untergegangen ist, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute einfach so kurzlebig geworden ist und keiner mehr ohne sein Smartphone und irgendwie andere Gedanken und Ablenkung auskommt. Und das ja nicht mal mehr im Kino klappt. Also wenn Leute neben mir platzieren, Facebook-Feed im Kino checken, da bin ich ja immer froh, dass ich sonst ein relativ ruhiges Gemüt habe, weil sonst würde ich da wahrscheinlich eskalieren. Also mir wäre das egal, wenn das Licht mich nicht stören würde. Das ist mir völlig wurscht, ich soll machen, was sie wollen, ich möchte nur nicht gestört werden. Das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass ich sehr viel zu Hause auf Blu-ray auf dem Beamer mit 5.1, 7.1 gucke, weil einfach im Kino die Menschen so nervig sind oder geworden sind oder immer schon waren. Ich bin ja kein Nostalgiker. Das ist einfach zu anstrengend und ich möchte einfach in Ruhe mich auf diesen Film oder die Serie konzentrieren. Und da kommen wir auch zu einem interessanten Punkt, denn das Binge-Watching von Serien, das ist ja dann schon so, dass da sehr viele Leute sehr konzentriert hingucken. Darum zunimmt es dann wieder. Das ist wieder anders, genau. Warum? Dieses Kino-Erlebnis, das kann ich aber, also ich gehe praktisch nur noch in Premieren, gehe nur selten noch ins Kino, weil ich die anderen Menschen auch nicht schätze. Und bei Premieren ist es aber was anderes. Wir haben so ein schönes Kino hier, das zeigt halt originale Premieren in Hamburg, das Savoy. Und da gehen dann halt Fans hin, die nicht zwischendurch auf Facebook gucken, weil wer da hin will und wer da reinkommt überhaupt, der hat halt schon frühzeitig sich eine Karte organisiert und so. Und für Menschen meines Alters ist es im Savoy ja auch sehr schön, dass du in den letzten drei Reihen so Ledersessel zum Zurücklehnen mit so einem Lederpuff für die Füße auch kriegst. Mhm. Das ist bei so einem Drei-Stunden-Film inzwischen auch sehr angenehm. Ja, ja. Dürfen da deine Pfleger umsonst mit rein, dann müssen die Exerzen. Also ich habe für meine Pflegekräfte durchaus einen Sondertarif, du Arsch. Das ist echt geil. Ich schaue einfach mal gnadenlos diesen Clip gerade mal weiter. Ja, genau. Ich wollte ja sagen, grundsätzlich. Neo flüstert kurz und dann kommt die offensichtliche Greenscreen-Aufnahme, wo sie dann nach oben gezogen werden, die stoppen wir mal kurz. Da könnte man sich einbilden, dass man grün in Trinities Beinen sieht. Es kann aber auch sein, der Film ist ja generell, hat ja sogar im Schwarz noch grünen Ton. Zum Glück. Ja. Das hat es noch so ein bisschen gerettet, glaube ich. Das kann gut sein. Also ich meine, dieser Film war ja auch, was das Grading angeht, einer der ersten, also die Farbbestimmung des Films, einer der ersten, der so extrem gegangen ist, dass du eigentlich nur ein bisschen Warmton, Grün und Schwarz hast. Sonst ist in diesem Film eigentlich kaum was. Also die roten Lippen, die haben sie sich offensichtlich gegrabt, nachträglich und hochgezogen, weil die Menschen sonst tot aussehen. Aber ansonsten, gerade wenn ihr euch mal vielleicht einmal auf Pause drückt an der Stelle, wo die da so hochgezogen werden durch den Schacht. Und dann guckst du mal dich in deinem Zimmer um, wo du bist und schaust mal, wie viele Farben du im Raum hast. Und dann schaust du nochmal auf dieses Bildschirm und stellst fest, ich sehe einen orangehaft-gelb-grünlichen Fleischton, rote Lippen, schwarz und grün. Genau. Fertig. Es ist relativ witzig, als wir vor ein paar Wochen mit Jan gesprochen haben, hatten wir einen Frame entdeckt, wo das Colorgrading nicht drauf war. Das war witzig. Nein. Das ist wirklich witzig, das ist auch eine Szene, die in der Matrix spielt und es ist direkt nach dem Schnitt der erste Frame, da fehlt das Grading komplett. Nein. Und es ist einfach ein komplett anderer Film, es sieht aus wie so ein Wüstenfilm, weil halt alles sehr, sehr warm ist. Wie geil. Und da siehst du halt erstmal, was dieses Grading aus, und da siehst du nicht mal ein Gesicht oder so, da siehst du eine Hand, die in eine Kiste greift. Und es ist ein anderer Film. Schickst du mir das nachher mal als Grab, falls du es findest, das muss ich sehen. Mir ist vor kurzem etwas aufgefallen, da habe ich mir von Spielberg diesen Film mit Tom Cruise, War of the Worlds, angeschaut. Und da ist mir aufgefallen, dass da wohl die Begeisterung über die Anfänge des digitalen Gradings gerade komplett überhand genommen hatten. Da ist dieser Glow-Effekt, den man dann später wieder runtergezogen hat, also dass das Weiß überstrahlt, das kann ja heute jede Handy-App, das Weiß überstrahlt und macht weich. Ja, das haben die da so aufgebrezelt, dass der Film teilweise, obwohl ich den tatsächlich recht gelungen finde, erstaunlicherweise, obwohl er eigentlich kein Finale wirklich hat, aber egal, das liegt ja auch an dem Original. Also das ist unguckbar, weil du sagst immer, wo ist denn die Bildinformation hin, ich sehe nur Weiß. Also Grading, gerade was das digitale Grading angeht, hat also irrsinnige Blüten getrieben. John Nugent hat erzählt vom zweiten Teil von Herr der Ringe, die Walk-Sequenz, also als diese Walk-Reiter da kommen und das auf dieser ... Auf die gelben Steppe, ne? Ja, genau, da kommt es so zum Showdown und ursprünglich war das, wenn ich mich recht erinnere, gedacht als eine dunkle Nachtsequenz. Und dann hat Peter Jackson sich irgendwann gedacht, nee, ich will das heller haben. Und dadurch sahst du natürlich all die Dinge, die eigentlich jetzt nicht so geil funktioniert haben, die normalerweise in Dunkelheit verschwinden. Und John hat gesagt, bei der Vorführung des Films haben Compositor neben ihm geweint. Geweint. Die sind in Tränen ausgebrochen, weil sie zwei Jahre lang nichts anderes gemacht haben als diese Sequenz und sich das dann anschauen mussten. Krass. Ja, ja, das ist schon abgefahren. Ist dir die, dir ist wahrscheinlich hundertprozentig das Grading aufgefallen, weil ich hab, muss ich gestehen, als ich das erstmal gesehen hab, ich war so gefangen von dem Film damals, Nee, damals nicht, nein, ist es mir nicht aufgefallen. Nicht? Nein. Weil du gesagt hast, bei dir hat es im Kopf geklingelt, also das grün-blau-Ding ist dir beim ersten Mal gucken auch nicht aufgefallen. Nein, das ist mir beim ersten Mal gucken deswegen nicht aufgefallen, weil wenn du im Kino bist und keinen Farbvergleich hast, hältst du ja immer erstmal alles für normal. Auch der übliche heutige Blockbuster-Look mit golden und blau. Wenn du im Kino bist, adaptiert dein Hirn und sagt, naja, das ist halt jetzt hier so Natur. Und erst wenn du das, deswegen hab ich vorhin gesagt, schau dich im Zimmer um, erst wenn du einen Vergleich hast, fällt dir das Grading eigentlich erst so extrem auf. Ja, es gibt immer Leute, die sagen, nee, das ist mir sofort aufgefallen. Ja, gut. Beim ersten Gucken. Dann sind die halt Genies. Naja, hier siehst du es ja aber auch im Vergleich zwischen den Szenen, also alles in der Matrix ist ja grün und alles außerhalb ist ja mehr oder minder farbig. Also es ist ja nicht so, dass der ganze Stillen grün wäre. Nein, nein, um Gottes Willen, sie haben es ja auch geschafft. Trotzdem das Feuer da, wenn am Schluss das Ding explodiert, das ist rot und rundherum ist trotzdem alles grün und auch das Feuer ist ein bisschen grün. Also sie haben es durchgezogen, es ist echt erstaunlich. Man hat es ja schon damals in der Marketingkampagne sehr viel mitbekommen, weil die Marketingkampagne war ja von Anfang an, er hat erstmal nur Text, schwarzer Hintergrund, grüner Text. Genau. So mit What is the Matrix und sonst nix und als man dann mal so ein, zwei Szenen gesehen hat, hat man die ja noch außerhalb vom Kino gesehen, da fiel das dann schon so ein bisschen auf. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob mir das, also ich glaube im Kino, könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich da direkt gesagt hätte, boah, leck ist das grün. Es hat eine Wirkung bei mir erzeugt, das ist natürlich das, der Psychologe in mir, Wahrnehmungspsychologie, natürlich hat das eine Wirkung erzeugt. Also irgendwie wirkte die reale Welt anders als die Matrix, aber ich konnte halt den Finger nicht reinlegen, warum das so war. Verstehe. Wenn du es hundertmal geguckt hast, weißt du natürlich. Kommen wir mal zum Feuer, weil das ist eine Sequenz, also ich habe hier schon ungefähr in 105 Folgen mehr oder weniger erzählt, dass die Bullet Time mich geflasht hat, aber diese Feuersequenz in der Lobby. Sehr schön, ja. Ist etwas gewesen, auch da habe ich im Kino gesessen und was mich da am allermeisten geflasht hat, ist diese Zeitkompression, also schnell, langsam, die Tür, die dann hochfliegt, dann verlangsamt sich wieder alles und dann wird es wieder schnell. Und diese Tür, da hat mein Gehirn mir gesagt, ja, das ist digital, aber es sah einfach so geil aus und dieses Flammen. Zusammen mit dieser Feuerwalze, die so nicht funktionieren würde. Genau. Das war schon in der Kombination einfach ein schöner, ein schöner Shot, wo du, der in Anführungszeichen einfach zu machen war, also wir haben wahrscheinlich alle irgendwie Make-in-Offs gesehen, wo man halt gesehen hat, wie, dass es halt eine auf dem Kopf stehende Kamera ist. Ja, also für die, die es nicht gesehen haben, das ist halt Feuer, das sich an der Decke lang schiebt und da ist halt, wir sehen auch, dass da Compositing passiert ist, also wie sich das Feuer über diese Brösel links schiebt. Und das sieht nicht ganz so echt aus, wie es halt, wie es halt, ja, was heißt, wie es wäre, weil sowas, Feuer würde niemals sich so lang wälzen. Aber scheißegal. Aber völlig egal, weil das war so echt so, lecke mich fett. Ja, also ich würde auch davon ausgehen, dass die Tür ein Compositing ist und nicht flog, dass die da nicht da war, denn die sieht sehr Composited aus, aber sie ist halt echt verdammt gut Composited, nämlich so gut, dass sie in einer Slow-Mo funktioniert und das ist schon wirklich brutal. Ja, total. Dass du quasi links und rechts visuelle eins in die Fresse gekriegt hast, als Zuschauer damals 99. Alles war neu, du hast nichts davon vorher in irgendeinem anderen Film gesehen, du hattest null Chance, dich zu erholen. Allein von dieser Feuerwalze hätte ich mir eigentlich erhofft, dass da mal drei Minuten lang nichts weiter passiert. Naja, danach ist es schon so, dass da Dinge passieren, die man so oder so ähnlich schon gesehen hat. Nämlich ein bisschen, also der kleine Visual Gag, wo die alle gleichzeitig nach oben gucken, wenn es regnet, ist natürlich super geil. Ja. Der ist super, aber der ist auch gut getimt, da ist wirklich alles richtig. Und danach die kleine Prügelsequenz, kurz bevor er ans Ohr fasst, weil er jetzt Sachen hört. Ja, da kommt auch dann diese kleine Prügelsequenz auf dem Dach. Und da fällt auf, dass da deutlich weniger verhackstückt und geschnitten ist, als das in heutigen Actionfilmen passiert. Ich sehe tatsächlich, dass Leute da etwas machen. Und das ist etwas, was mich in heutigen, auch in den Comicverfilmungen unheimlich stresst. Es ist zu viel geschnitten, die Kamera ist viel zu nah am Geschehen und versucht dadurch Dynamik vorzugaukeln, die offensichtlich im Bild nicht stattfand. Das war auch etwas, was mich an den Nolan, an den Nolan Batman hat mich da so gestresst, weil das ja toll choreografiert ist. Aber ich sehe gar nicht, was der macht. Ich sehe keine coolen Moves, ich sehe nur Wischiwaschi. Nervt mich wahnsinnig. Das ist ja nicht mal bei den heutigen Filmen nur so. Also ich meine, der direkte Nachfolger zu diesem hier, der konnte das ja auch schon nicht. Da gab es diese Verfolgungsjagd im Auto auf der Autobahn. Wo du nichts mehr raffst. Wo du gar nichts begriffen hast, weil das einfach super eng und super schnell geschnitten war. Um das Ganze kurz noch zu unterstreichen. Das Schlimmste ist, ich weiß gar nicht, welcher Bond das ist, der Daniel Craig Bond. Wendem Solace. Ja, mit der Autoverfolgungsjagd. Ja. Da habe ich im Kino gesessen und habe gesagt, what the fuck? Ja, du erkennt es nicht mehr. Worum geht es hier eigentlich gerade? Ja, genau. Aber das war nicht dein einziges Problem bei Quantum Solace. Ja. Gut. Das wollte ich nur kurz die Kette. Also insgesamt ist das Wissen um Action-Kino außerhalb von Hongkong-Cinema offensichtlich so gut wie verloren gegangen. Es gibt kaum mehr Action-Azure außer Steven Spielberg tatsächlich. Denn als ich Ready Player One angeschaut habe und da die Autoverfolgungsjagd und die ganzen Action-Sequenzen, da habe ich überall verstanden, wer ist wo, was macht er, warum, wo geht der da hin, warum ist da jetzt mal kurz eine Nahe. Ah, hier ist wieder der Total. Ich habe alles begriffen. Und da siehst du halt einfach, der kann es halt. Das war aber halt auch irgendwie kein, wir machen jetzt einen Action-Film oder eine Comic-Verfilmung, sondern wir verfilmen an dem, in dem Moment ein Rennspiel. Und deswegen hat das für mich an der Stelle so gut, also für mich gut funktioniert. Ja, aber bedenke, er hätte das problemlos auch, also Zack Snyder oder wer auch immer, hätte das auch in vielen Close-Ups mit ganz viel Wackelkamera machen können. Und dann hättest du gar nicht mehr verstanden, was passiert. Ja, das ist wahr. Aber ich habe total begriffen, da ist der King Kong und der fährt jetzt unten durch und oben sind die und jetzt ist der und da ist der an nächster Stelle. Da war ich so erleichtert. Und hier bei The Matrix, da bei dieser Szene auf dem, diese Rooftop-Schlägerei, da ist es auch so, dass ich sehe, wer macht was. Ja, es sind so ein bisschen alberne Karate-Moves von ihr mit diesen Handkantenschlägen, so Captain Kirk-mäßig, die ohne Geräusche natürlich überhaupt nicht funktionieren. Aber insgesamt ist das, ich sehe, okay, der schlägt nach links und nach rechts mit seinem Bein. Das ist schon cool. Ja. So ein Quadruple Kick, links, rechts, links, rechts kommen. Ja, das funktioniert. Und die eine Stelle mit Trinity, da ist ein Unmöglichkeitsschnitt drin. Sie schlägt erst den einen Typen, der in Guyen auf seiner Weste stehen hat, bam, ins Gesicht, schlägt dann den Arm hoch mit dem Messer. Ich glaube, das Messer ist dann plötzlich weg. Aber egal, es hat Dynamik und es funktioniert halt. Ah, vielleicht hat sie ihm das Messer aus der Hand geschlagen. Ja, wahrscheinlich fliegt gerade sehr weit. Ja, ja, genau. Und dann kommt der Morph. Ah, Entschuldigung. Ja, genau. Aber ich wollte nochmal ganz kurz auf die Agenten auch eingehen. Und auch da konsequent diese Geilheit in der Hugo Weaving, das alles spielt. Ja, so Blues Brothers mäßig. Indem er das alles unterspielt. Komplett, natürlich. Genau. Das macht gar nichts. Das musst du aber auch können. Die Clint Eastwood School of Acting, das funktioniert. Ne? Das ist geil. Ja, ja. Super. Das macht einfach Spaß. Und dieses Find them and destroy them. Ja, das ist natürlich auch, wenn du das in dem schönen englischen Bariton sagst, den er da hat, ist es natürlich der Wahnsinn. Auf einer Glasscheibe gesprochen quasi. Das ist wirklich geil. Richtig, richtig, richtig gut. Und jetzt wird es natürlich völlig abgefahren. Und wir müssen schon, wenn wir nichts vergessen haben, Arne. Ich glaube leider nicht, nein. Ja, ja. Für heute mal ausnahmsweise früh aufhören für den Montag. Also zu dem Mord muss ich tatsächlich noch eine Sache sagen, denn... Der kommt in der nächsten Folge nochmal. Ah, der kommt dann nochmal. Ja, den machen wir morgen. Ringen wir morgen ganz lang drüber. Ach, der kommt ja erst dann nach der Acht dann. Genau. Richtig, okay, gut. Alles klar. Dann hören wir uns morgen wieder, oder wie war das? So ist das. Schönen Abend. Ich lege mich wieder hin. Guten Abend. Ciao. Tschö. Gute Nacht. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.